Ich bin Julia Child. Bon Appetit! Ich rufe an wegen meines Versicherungsantrags. Sie können gern mit mir sprechen. Haben Sie Entscheidungsgewalt? Nein. Schon gehört, was ihr passiert ist? Das Fernsehen will aus meinem Blog eine Miniserie machen. Ich kann auch einen Blog schreiben. Ich habe auch Gedanken. Schreib einen Blog übers Kochen. Ich bin keine echte Köchin wie Julia Child. Julia Child war eigentlich immer Julia Child. Wie wär's, wenn ich auf eine Kochschule ginge? Bonjour! Das Julie-Julia-Projekt. Ich koche mich durch Julia Childs Kochbuch. 365 Tage, 524 Rezepte. Eine wahnwitzige Aufgabe, die mich mein Wohlbefinden kosten kann. Ist das verrückt? Ja. Columbia Pictures präsentiert. Du hättest sehen sollen, wie diese Männer mich abgestarrt haben, bis sie entdecken mussten, wie furchtlos ich bin. Oh, Julia, bei dir klingt das alles so einfach. Die Geschichte einer Legende. Euer Buch wird die Welt verändern. Die einer jungen Frau das Rezept lieferte, ihr Leben zu ändern. Und wenn ich meine Frist nicht einhalte, dann habe ich ein Jahr meines Lebens vergeudet. Geht! Jetzt liegt der ganze Mist auf dem Boden. Oh, keine Entschuldigungen, keine Furcht. Von Autorin und Regisseurin Nora Ephron. Das ist gut. Und wie gut das ist, nicht wahr? Meryl Streep, Amy Adams. Ich war kurz vorm Ertrinken und sie hat mich aus dem Ozean gefischt. Von mich an zu spät. Was gibt's zu essen? Was gibt's zu essen? Oh, mein Gott. Sie habe nicht das geringste Talent fürs Kochen. Julie und Julia nach zwei wahren Geschichten. Wir sehen uns auf. Vielen Dank.